In diesem Call of Duty MW3 Zombie Video möchte ich euch Tipps und Tricks zeigen die ihr eventuell noch nicht kennt. Ihr könnt mir später in die Kommentare schreiben welche Tricks ihr kennt oder ob auch welche dabei waren die ihr noch nicht kanntet. Fangen wir mal direkt mit dem ersten Tipp an. Und zwar könnt ihr mit der Felsänger unendlich lang fliegen ohne einmal den Boden zu berühren. Hierfür müsst ihr euch erstmal hochkatapultieren und danach einfach weiterhin die Zielentaste gedrückt halten damit ihr wieder hoch fliegt bis 70% ungefähr und loslassen. Dann könnt ihr euren Fallschirm aufmachen und danach wieder zu machen und direkt die Zielentaste gedrückt halten so dass sie hoch fliegt und das wiederholt ihr jetzt die ganze Zeit. Immer bis 70% laden Leute und dann loslassen. Wenn ihr keine Munition mehr habt dann könnt ihr kurz euren Fallschirm aufmachen und eure Munition laden lassen so dass ihr durchgehend in der Luft bleiben könnt. Kommen wir nun zu Tipp Nummer 2. Es gibt einen Trick mit der Felsänger wie ihr Leute die ausgeblutet sind ganz easy holen könnt. Und zwar ladet ihr die Felsänger auf so dass sie hoch fliegt und drückt dann gleichzeitig die Taste zum wiederbleiben und ihr fliegt in die Luft Leute und belebt aber trotzdem weiter. Dies klappt nur wenn die Person komplett ausgeblutet ist. Wenn ihr normal auf dem Boden liegt dann klappt das ganze leider nicht. Wenn ihr eure Waffe Packer punchen wollt könnt ihr eure Waffentarnung behalten. Ihr müsst vorher auf den Automaten hier einmal schlagen dann leuchtet das grün und jetzt könnt ihr eure Waffe punchen und ihr behält trotzdem die Tarnung. Wie ihr sehen könnt hab ich die Golden Enigma Tarnung drauf obwohl meine Waffe dreimal gepuncht worden ist. Bei dem nächsten Tipp geht es um das Dr. Nita Perk. Und zwar wenn ihr das habt Leute könnt ihr ins Wasser gehen und ihr ertrinkt nicht. Egal was die Lebensanzeige dort sagt sobald ihr Dr. Nita ausgerüstet habt könnt ihr die ganze Zeit unter Wasser bleiben. Das eignet sich auch gut wenn ihr mal zum Beispiel kurz AFK müsst oder so. Dann könnt ihr einfach ins Wasser springen, tauchen und hier abwarten. Dieser Tipp ist gut für Leute die gegen den roten Wurm kämpfen wollen und zwar braucht ihr gegen den nur eine einzige Gasmaske mitzunehmen und braucht nicht mehr in euren Rucksack tun. Denn ihr könnt eure Gasmasken einfach reparieren. Das macht ihr indem ihr einfach zu einer Munitionsbox läuft und eure Munition auffüllt und ihr seht eure Gasmaske ist wieder voll aufgeladen. Bei diesem Tipp könnt ihr viel schneller laufen. Schneller als wenn ihr eure Fäuste draußen habt. Und zwar braucht ihr hierfür eine Punkteserie in der Hand. Dies klappt mit dem Juggernaut, dem Präzisionsluftschlag und dem Clusterschlag. Den müsst ihr einfach in der Hand halten und ihr seht ihr läuft viel viel schneller als wenn ihr nur eure Fäuste draußen habt. Dies eignet sich sehr gut am Anfang wenn ihr noch nicht so gut equipt seid, dass ihr ganz chillig oder beziehungsweise leichter in Zone 3 vorbeikommt. Da die Zombies hier auch wesentlich schneller sind als in den anderen Zonen. Bei dem nächsten Tipp handelt es sich um die Ätherklinge und zwar könnt ihr damit auch durch die Wand töten. Wie ihr seht bin ich hier bei einer Söldnerfestung. Ich habe das Perk Todeswahrnehmung drauf und ich sehe die Gegner auch durch die Wand und ich schmeiße die Ätherklinge einfach in deren Richtung und die Klinge geht einfach durch die Wand und tötet die Söldner im Haus obwohl ich draußen stehe. Außerdem könnt ihr auch auf dem Heli eure Klinge werfen und das tötet die Söldner die noch drinnen sitzen und noch nicht ausgestiegen sind. Auch eine gute Info ist dass ihr mit der VRL wunderbar für diese Escort Fahrzeuge reparieren könnt. Und zwar seht ihr ich habe 63% und ich schieße auf den Wagen und er repariert sich wieder auf 100%. Dies könnt ihr auch im Dunkeläther machen und außerdem könnt ihr damit alle anderen Fahrzeuge auch heilen. Wie ihr seht ist dieser kurz vorm explodieren ich schieße einmal drauf und er ist wieder geheilt. Ihr könnt sogar wenn ihr drinnen sitzt einfach von drinnen auf den Wagen schießen und er heilt sich von Stück zu Stück. Abgesehen davon dass es euren Wagen reparieren kann tankt es euren Wagen auch auf Leute. Ihr braucht nicht mehr zur Tankstelle fahren wenn euer Benzin leer ist. Einfach mit der VR11 Wunderwaffe drauf schießen und es tankt sich auf. Das war's dann auch mit dem Video. Schreibt mir gern in die Kommentare welche Tricks ihr noch nicht kanntet oder ob ihr irgendwelche Tricks kennt die nicht in diesem Video sind die uns auch weit helfen können. Ansonsten hoffe ich dass ihr ein Like da lässt euch das Video gefallen hat und falls ihr in Zukunft nichts mehr verpassen wollt könnt ihr jetzt an dieser Stelle ein kostenloses Abo da lassen und die Glocke aktivieren damit ihr immer auf dem neuesten Stand bleibt. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Video. Ciao